ja hallo willkommen mein name ist der die will und ich begrüße euch zurück zuletzt in der letzten folge haben wir trance weit abgeschlossen und hallo bestem hat sich in radiant garten vermandelt und wir haben noch zwei welten die wir machen können also drei mehr oder weniger einmal fußbilder buch atlantica und twilight town und wir gehen jetzt erst mal atlantica weil auf fußbilder buch habe ich keine lust okay wir müssen magnet haben ich müsste ich bin mir sicher wir haben eigentlich schon alles was wir brauchen um atlantica komplett abzuschließen man braucht immer irgendwelche zauber oder irgendwelche anderen sachen und die story da voranzutreiben ich meine wir haben alles so und soviel drive leisten mp oder irgendwie so was meinen wir haben eigentlich alles verbrauchen ja wir können die statue bewegen wir sind 46 wir können jetzt alles hallo ich kann dich bewegen kapitel 2 in ihrer welt entschuldigung hat voll gerülpst wenn ich nichts gesagt hätte hat vielleicht niemanden mitbekommen verdammt wo ist das hand zum geil sebastian nicht plappern da muss man drücken man muss öfter drücken ja ich weiß nicht da ich muss fünf mal hintereinander stings bekommen ich hoffe ich krieg kein kopierschutz problem und schon fertig schon beenden wenn es ging ich habe es geht nicht jetzt alles exzellent ja es war jetzt nicht die da ist irgendwie nachmachungen von den originalen songs oder jetzt noch kein problem keine füße weißt du mal dass diese bei dreiecke neun 21 verdammt das war so knapp da waren die vorletzten oder er noch mal die vorletzten fahrend was soll hat er schafft ja mit 21 ja kein problem aber kein problem jünger gerne wieder sag einfach du weißt von nichts ich bin hasse ich weiß von nichts wo ich wusste mal von mir hat stammt aber spät drin sebastian stimmt etwas nicht und leid alles bestens eure majestät das ist gut also sagt mir jetzt mit dem lied für das müde vorraten es ist fertig eure majestät es ist ein loblied auf all die wunderbaren dinge des ozeans es wird mein bestes werk überhaupt jetzt ariel davon ablenken immer zu an die welt der menschen zu denken ja nun anzunehmen eventuell böser blick ich meine absolut und auf jeden fall ich muss mich mit den proben wenn ihr erlaubt die sowas von kopierschutz probleme bei diesen einen part oder so viele von gleich kommt unternehmen mehr der unten im meer kommt da es ist ja furchtbar müssen etwas unternehmen so können sie in dem musical nicht auftreten ich höre nie wäre gegen ich übernehme ihren gesangspart ich sage keine chance ich will den gesangspart weiß wieso er nicht da kommt sebastian das funktioniert auf keinen fall ist ja los ich habe das perfekte lied für das musical komponiert aber ich fürchte dass ihr es für euch zu kompliziert sein könnte ach komm schon mal wie schwer kann das schon sein wir verduften am besten das schilder im out congratulations faktisch schilder im out ja vielleicht mehr als fünf bei uns reiner und schmeißt du mich daraus verdammt ich bin expertensinger ja aber anders ist sie das ist doch sicherlich kopiergeschützt irgendwie ne wo ist disney sind disney leder kopiergeschützt ich weiß gar nicht meinst du sehr frage aber dann weiß man ja nicht weil wir nicht schon so alt sind okay fangen wir an sind wir kurz rausgegangen haben luft geschnappt dann sind wir wieder zurückkommen jetzt geht alles 3 und nehmen mehr da konnten die echt nicht irgendwie das noch für eine leiste erscheinung punkt zu verlieren und naja soll vergessen ja eigentlich wenn sebastian da ist ne sebastian ist böse war real die ist gut okay denn denn der kopierschutz kommt ein wir kriegen kopierschutz der blöde denn ich weiß noch mal gleich jetzt sind da vollkommen andere andere sänger und so ne so wird ja wohl nicht so schlimm sein oder amnächst gedrückt du kommst auch vom land für den akzent von sebastian original okay bye under the sea under the sea under the sea we got the beaten natural abs even the sturgeon and the ray they get the arts and start to play we got the spirit you got to hear it under the sea bams bams 9 so was vermasselt und du sie wie die 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 der gruppe hat überhaupt nichts gemacht alle waren dann tanzen gruppe einfach nur so was wir fangen an was soll ich haben dafür der macht mich fertig in diesem märz bläht mir doch egal ob du stirbst hingerichtet wirst jetzt rollenköpfe oder unter was können ja keine köpfe rollen also jetzt schwimmen köpfe unter dem wasser die frisur sitzt ist ja doch nach ihm ausgeschlossen warum nicht ist ein menschen ich bin eine mehrjungfrau ich weiß nicht wie er reagieren würde was ist das muss haben das muss ihm gehören ob wir kommen nicht dran ich war so was blödes wir kommen da nicht dran mit aufnahmen gut wie macht mich völlig der macht mich echt fertig im spiel er verdient sein eigenes kinder macht spiel magnera ja gut werde ich einer ich bin mir noch nicht auf klar unten im meer spieler von disney verstehe irgendwie nicht warum haben die probleme hat irgendwie spiel einzupacken hier unter dem meer sondern du siehst so zuversichtlich aus okay ja ich jetzt meinen mächtigen magnet zauber ein und kann dann zeugs an mich heran ziehen weil ich es sich auch so erreichen könnte was er will vier ursulas rache er das rache ist das das ist das ist großartig so ich weiß dass er es glücklich hat hat und wer ist das Wo ist er? Papa! Ariel, du wißt du, wie gefährlich sind die Menschen. Du wirst ihn nicht sogar nicht wissen. Oh, Papa, du hast mir gesagt, dass du nicht in die Menschen vertraust. Aber sie können nicht alle so schlecht sein, wie du sagst. Und ich... Ich werde es dir zeigen. Also helfe mir, Ariel. Ich werde dich durchführen. Und das ist der einzige Weg. So ist es. No! Hier ist man auch der irgendwas kaputt. Warum macht er nicht direkt alles kaputt, was die hat? Ich verstehe nicht. Weil er ist ja schon dauernd in dem Versteck aufgetaucht. Genau wie im ersten Teil. Ariel, du armes Kind. Hi. Du bist Ursula, die Seehechse. Hat mein Vater ich nicht verbannt? So ist es mein Seeherzchen. Aber wie könnte ich wegbleiben? Nachdem ich gehört habe, wie sehr du leidest. Was du brauchst, ist der Ratschlag einer Frau. Was wäre nicht alter der Träume wahr werden lassen könnte? Mein Vater würde das niemals zulassen. Oh, naja. Dann kann es keine Liebe sein, wenn du die Sache so leicht aufgibst. Könntest du, könntest du mir wirklich helfen? Aber wie? Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden. Ein Mensch? Du kannst mir helfen? Mein liebes süßes Kindchen. Das ist mein Beruf. Wie schrecklich war das? Das musst du im König berichten. Geht klar. Hi. Dann ist es abgemacht. Ich verwandle dich hier und jetzt in einen Menschen. Alles was du tun musst, ist einen kleinen Vertrag zu unterschreiben. Ein Vertrag? Ganz genau, Zuckerstückchen. Möchtest du einen Kühlschrank kaufen? Deine Gegenleistung ist mehr eine Geste. Eine Lappalie. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Deine Stimme? Was hätte ich jetzt vergessen? Ich kann nicht für nur drei Tage in einem Menschen verwandeln, bevor die Sonne am dritten Tag untergeht. Du musst es geschafft haben, dass dich der Prinz Herzblatt in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Million Frau und du hörst an mir. Vielleicht findest du meine Bedingungen ein wenig hart. Aber mein bist du ein König Tritrans hübsches kleines Prinzesschen. Von ganz Atlantika verehrt. Du hast praktisch die Garantie auf ein Leben im Glück. Bist du sicher, dass du nicht auf deinen Vater hören willst? Du musst dafür nur deine wahre Liebe aufgeben. Da kommt Zuckerstück. Das ist deine letzte Gelegenheit. Aber mir liegt natürlich nichts fern, als sich zu irgendwas zu drängen. Hör nicht auf sie, Ariel! Oh! Na, jetzt. Ich werde nicht mehr lange intrudern. Ich werde auf meine Weg. Du wirst nicht mehr meine Hilfe. Es ist zu schade, Herr Prinz. Er ist ziemlich ein Gott. für unsere Eternity sign Sohra, bitte! Du musst sie stoppen! Espera! Gut gemacht Sohra Zum Glück wollte sie nicht ihre Seele haben Oh nein! Sie kann nicht so sphieren! Ja, super! Gleich ein Fehler wie im ersten Kingdom Hearts Weil irgendwie kam es so vor, als hätten die sich nie getroffen im ersten Teil Bist du die Frau? Bitte wach dich! Ja, super! Whoa! Easy there! Was ist falsch? Du kannst nicht sprechen? Oh, woher kam es? Oh, woher kam es? Das ist mein Pendant! Ich kann nicht glauben, dass du ihn gefunden hast! Danke! Bitte, komm mit mir! Ich will dir helfen! Das ist alles gut läuft! Das habe ich gerade gesagt, man! Schon, aber sollten wir König Trito nicht davon berichten? Auf keinen Fall! Ja, jetzt sollte man die Klappe halten! Ich würde ihm das Herz brechen, wenn er das herausfinden würde Und dein Glück Was haben wir also tun? Wir werden schön hier bleiben und ein Auge auf Ariel haben Das ist es, was wir tun werden Ich jetzt mehr können wir wohl auch nicht machen Okay Ja, gehen wir Was kann denn schon ein Schlimmes passieren? Ja, guck mal, ich hab die Klamotten, kann laufen Jetzt bleiben wir hier und beobachten sie Das wäre eine bessere Idee Wir könnten die 6 dazu überreden, ihre Stimme zurückzugeben Sie wird sich überhaupt nicht mit euch abgeben Hey, man weiß nicht, bevor man es nicht versucht hat Vielleicht hast du recht Es ist sicher, es ist zumindest besser als Scherchen zu drehen Also Scheren, okay Boah, ich bin doch für das, dass ihr euch um Ursula kümmert Aber natürlich So ein Trito merkt nicht, dass irgendwie seine Tochter Ein paar Tage nicht zu Hause war oder so Randaliert wahrscheinlich in seinem Palast Vor allem drei Tage, ey Gut, dass ihr immer zu diesem Ort da zurückkommt Hey, wo ist Sebastian? Oh, oh, well, King Triton fragt ihn über das Palast Ich wundere, ob es über Ariel ist Wenn King Triton findet, was passiert, dann sind wir in heißem Wasser Besonders, da haben wir es ein secret Was über Ursula? Sie hat sich nicht verstanden Sie hat sich nicht verstanden Wie ist Ariel? Sie hat sich nur bis morgen Morgen getroffen, oder? Hey, schau Oh Ich kann nicht sehen Woa Ich kann nicht mehr Sie sind okay Sie ist einfach Ich, wir sind so nah Heu Ich sag, wir sollten zurück zu suchen Für Ursula Ja, eine gute Idee ja doch gut wieder ahnung so viele running jetzt die kofi involvieren muss immer mit so ein stöhnen aus dem wasser kommt so mein kackt aus elders kreuz den song hatten wir schon Was... was ist passiert? Erich! Erich! Du... Du kannst sprechen. Du bist die Frau, die mir singt. Oh, Erich. Ich wollte dich erzählen. Natürlich. Es war du. Du bist derjenige, der mich die Nacht in der Küche saved hat. Oh, Erich. Ich bin sorry, ich habe es nicht herausgefunden. Du bist derjenige, ich liebe. Erich. Nicht so schnell. Du siehst, was ich sehe? Du hast geschrieben. Du bist zu late. Oh Gott. Es war verstörend. Es war voll verstörend, wie sie eurer Kraft ist. Aber okay. Okay. Stopp! Du bist derjenige, du dumme. Triton hat eine kleine Frau verabschiedet. Jetzt, liebe ich, wie sie sind. Wir schauen, wie schön sie sind, wenn ich mit dir bin. Das kontrakt ist nicht gut. Lasst sie weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt, jetzt. Auch der Großelige Triton, die Kriterin nicht weiterführende, die Kontrakt zu verabschieden. Wie, es nur nicht, würde ich? Jetzt, wenn Sie mich entschuldigen, habe ich einige trocken. Ends to Tyre. Wait, Ursula. You win. Just promise you'll let my daughter go. But we had a deal. Unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! Okay. Eigentlich gleich wie im ersten Teil, was passiert ist, ne? Hahaha! Hahaha! Was soll das überhaupt sein? Irgendeine Pflanze? Oh! ja ich bin auch ein mensch mehr oder weniger jetzt noch ein weiterer kampf musical style einfach nur ex menschen wie bescheuert ja wissen wir jetzt welchen turbo control leiter habe ich ja eigentlich für die ps3 aber ist nicht notwendig die elfte es gibt es hier schon kaputt sage ich voraus also ich muss auch so machen das kann eigentlich blöd hätten der klingt aber sehr nach dem arts musik ja verwehr mich doch noch mehr diese kamera fahrt immer einfach weg nein nein ich werde nicht verlieren also ich werde mich nicht verlieren ich werde mich nicht verlieren die schon extra putschung sei ich gleich zu machen zweimal untergetraut ich habe das geht anders erst wenn die dicke lady singt es ist nicht möglich es ist vorbei Ursula das gehört zu mir okay dann du kannst du es okay please ariel you can come out now it's okay ariel you see eric this is why i went to ursula this can't be i would have told you sooner to think eric goodbye i had all that time and i didn't work on my swimming well i guess it's never too late to learn right will you teach me oh i'd love to all right das ist allzufrieden noch nicht er mr leser graben heißt okay es geht es geht dieses schlüsselschwerten wir haben immer noch was vor uns jetzt ist ein starker typ und mutig umdrehen ja aber er ist ein mensch oh mein ich schon wieder wie es mit deinem vater ariel der hat randaliert ich meine super danke für eure hilfe ich muss los bis später hey warte sebastian beinahe hätte ich es vergessen können ich tritt und sagte dass diesjährige fest sei so wichtig dass das musik besser alles übertrifft was du je gemacht hast alles übertrifft was ich je gemacht haben überhaupt keinen druck oder so sagt schon was ist denn los ihr müsst mir eingefallen tun was aber wie es hat das musik perfekt gemacht ok wenn wir mal ein bisschen darüber indem wir rausgehen und dann kommen wir wieder was und wer ich kann da jetzt nicht rein jetzt kam magie ich habe jetzt gar wieder rein da bringt auch voll ok los habe ich war sein platz unten im meer ja ich verstehe alles ist zum teil mehr also meine freunde kapitel 5 darf jetzt aber nicht so lange dauern glaube ich so ich muss ja alles machen was ich vorher gemacht habe also all meine sachen nicht gelernt habe ich brauche 30 punkte lax nein ja schon mal geil angefangen lass mich daraus er drin ist jemand erstickt oder warum fährt man weiß schlecht mich nicht so schlecht an du hast die tradition gebrochen wir werden die verzeihen sie hat sie falschen reihenfolge auf gesagt wir können die vergeben auch nein ich durfte das 11.000 er soll fährt er kommt vor spät auch nicht vom irgendeiner filme so an arielle sind nicht in der mitte alle sind so am singen dazu macht mich einfach fertig in dem spiel die blase ist das schlüsselloch auch abgeschossen hat ja noch 40 minuten Beinahe dauert. Eine gute. So, don't be sad and always know we'll come back soon to say hello. Das war sehr mittelmäßig. Atlantica abgeschlossen. Yay. Und wir haben das Eistelement. Eisgarnel und Orihalcom Plus. Wichtig, da ist es sehr wichtig. Gut. Dann bleibt uns jetzt nur noch... Winnie Poos Welten. Und... Twilight Town. Riesige Ding da im Hintergrund. Und die Silhouetten und... Ihr Dingens, der... Na, die Arena zu Lyms. Das machen wir ja alles erst im nächsten Part. Auf einmal, ja, alles kommt im nächsten Part. Ich bedanke mich einheitlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne.